hallo meine lieben freunde der leichten beschwerlichkeit wir sind wieder in den koopemissionen und warum schlägt das schon wieder deinen hintergrund einer rum ich weiß nicht immer was das soll und von daher spielen spezialeinheit wir wollen uns noch mal jetzt wo der mattes uns unterstützt hallo mattes im übrigen an der stelle hallo wollen wir uns noch mal an die operation schwefel rantrauen die wir ja beschämend nicht geleistet haben und jetzt laufen wir da direkt beim ersten mal durch wie doch der niemals ist nein da hätte ich mein linkes eil drauf echt nur dein linkes das recht ist zu wettbewerb das ist ja noch echt impotent bei der letzten samenzählung hatte das die mehrheit vote for the right eye so alle rechte für das ei so nein wir haben uns gar nichts gekauft aber ist egal also da hast du überall so kisten rumstehen kannst du einsammeln kannst du dir dann auf der rechten seite quasi fast freisch halt in einer gelegenen steinbruch umzuleiten die fracht zu zerstören und el trafikante auszuschalten el trafikante ganz wenn du willst auch noch die waffe wechseln das genau ein schildgeschütz ist hier leute das schildgeschütz sollte einer mitnehmen nicht das erste mal ach so ich dachte spielst das das erste mal warum nimmt keiner das schildgeschütz mit hallo leute hier liegt ein schildgeschütz auf dem boden ich bin schon draußen falls er mich sucht sehr schön danke dir ja ich suche dich gar nicht ich höre dich ja ein todes schreit dass du da bist ich laufe weiter ich laufe weiter ...und weiter...und weiter... ...und weiter... ...dressieren mich denn die Scharfstützen? ...und weiter... ...kommt jede Menge die Leute entgegen Sven... ...kommt jede Menge die Leute dir entgegen... ...woah, sehr schlecht... ...klettern jetzt rüber... ...ach so... ...ich muss da aufladen... ...hinter mir... ...Matthes liegt... ...ist noch jemand in der Nähe von Matthes? ...ist noch auf Matthes zu kommen... ...sonst zähle ich ihn so auf... ...ne, ich bin schon unterwegs... ...kommts gleich... ...kommts gleich... ...wunderbar... ...was jetzt... ...wird erschaffen... ...mittleres Kaliber... ...hinter mir... ...keine... ...Muni mehr... ...Kriege... ...ich auch... ...Fuck... ...Wir holen sie mich... ...ok... ...gib die anderen retten... ...der Roni rett uns... ...das ist das bei ihm doch... ...jajajaja... ...junge... ...ich... ...probe jemand anders... ...Pack... ...schaut mich... ...denke los jetzt... ...Danke... aus der folie boah ey was ist denn los ein bisschen schneller vor weil die kommen jetzt von hinten ja ja wir müssen die haben ja auch eine Monsonschear ich hab die Monsonschear die kommen zu euch egal wo ihr gerade seid weil von hinten kommen die nämlich weil sie mich siehst wir brauchen dich auf mit dir mich hat's erwischt so stehst du da das ist gut ich steh wieder wenn nicht drüben die dran komm nach hier dann komm zu mir ich bleibe den rücken frei bei nach Hause ich lege Waffenkiste falls der Ambulition braucht ja ich komm zurück das heißt das willst du auch weiter ja der hier beschossen oh Präzisionsluftschlag sehr gern wo müssen wir denn lang noch bei Juggernaut da oben steht ein Juggernaut drauf Los komp, komp komp, komp, kompt dort auf der Scheiße rückglaut da sind aber kurz durchschnüffeln da geht denn hier ab ja tschuldigung er stand im weg gerade nach rösten dahin was rösten 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 Respawn Was ist denn näher ran, ja? Ja, gib mir Deckung. Ich laufe vor. Ah, ich liege. Scheiße, ich hab's nicht geschafft. Komm, der Terror gibt Deckung. Zuck doch mal einer vor. Auf, los geht's. Los geht's! Ah, toll, der Nehmungsfall. Ich hab keine Munni mehr. Ich fiss mich auch drauf. Wer ist noch alles dort? Nicht vorher irgendwer? Ich bin nur am Boden. Liegt direkt an dem HQ. Ich hab keine Munni. Wir spawnen. Ich hab keine Munni mehr. Fuck. Warum nur Rüstung? Wollen die mich alle verarschen? Warum kommt ihr noch? Warum kommt ihr noch? Ich muss Munizieren haben. Ich hab keine Munni mehr. Elf Sekunden. Ich hab keine Munni mehr. Wer ist wieder? Ich stehe. Ich hab schon die ganze Zeit. Ich hab Munition. Wir spawnen. Wir spawnen. Ah, scheiße. So perfekt gelandet und wird tot, wenn ich lande. Oh, ich bin am Windpool. Das war's für heute. Werde beschossen! Naja, das ist wieder oben. Da lacht die nächste hier. Flieger. Wie weit waren wir denn überhaupt mit dem Upload? Da kann man nicht mehr viel gefehlt haben jetzt. Gut. Ah, was ist das? Lass den nicht verkloppen! Echt, der Hetz. Scheiße! Ich hab keine Munien mehr. Wir nehmen eine andere Waffe. Soll ich ja gerne machen. Da liegen noch genug rum. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Und ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Mal kommt hier. Ich bin tot. Ich lieg unten. Da könnt ihr eigentlich nochmal ran. Ich bin tot. Ich bin tot. runtergesprungen. Ja, war ganz knapp. War wirklich ein paar Sekunden, die fehlten. Ich bin tot. Jetzt sind grad wenige hier unterwegs, da? Ich bin tot. Wächste, das Magazin! Die schießen auf mich! 20 bis Riesport. Das war für 50 Sekunden oder was? Respawn. Ihr schafft. Schau, wir müssen sie aus. Die Türmler, hören die Einfluss. Feindliche Infanterie rückt zu ihrer Position. Wollen Sie bei der Anlage, bis wir den Signal gestört haben. Wo seid ihr? War die nächste Anlage nochmal? Hier auf der Brücke. Wollen Sie bei der Anlage, bis wir den Signal gestört haben. Super. Meine, die brauchen nicht viel. Wollen Sie bei der Anlage, bis wir den Signal gestört haben. Lade nach. Wenig Munition. Wollen Sie bei der Anlage? Ja, ich bin verletzt! Auch nicht. Wo bist du denn? Oh, immer umdacht. Nee, kann ich auch nicht. 20 besiegt. Gut, ich bin geil. Ja, ich wandel in deinen Spieler belegt. 20 besiegt Spawn. 20 besiegt Spawn. Von rechts. Von rechts. Von rechts unten beschossen. Spawn. Spawn. Kommt der noch? Nicht. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Hier liegt auch gerade wo lande ich hier am besten. Ich glaub hier auf der Seite. Was ist das? Ich hab keine Muni mehr. Ich fokke dich. Ich hab hier auf der Seite. 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 Der braucht keine Nacken. Der braucht keine Nacken. Maggazin wechsel. Ich habe keine Muni mehr, du da. Wir haben Muni-Kiste gelegt. Jeder im Raum hier nebenan. Ich weiß ja gar nicht wo ihr seid. Wo seid ihr? Da hinten irgendwo. Ich bin ja am Muni-Kiste am suchen. Ich fliege. Also ich habe nie hingelegt. Hier ist der einzige Weg. Ich habe nur mehr das Idioten. Hier ist der einzige Weg. Die einzige Weg. Hier ist der einzige Weg. Die einzige Weg. Das war's. Maschon wieder Entertia Alles gut Ich muss ja irgendwie hierbleiben Sonst heckt er ja nicht weiter Der einzige Weg Der einzige Weg Der einzige Der einzige Weg Bereits den Weg! Bereits den Weg! Fliegen! komm runter ja steht gar nichts Ich hab keine Muni. Ah, mich schon wieder. Bist du doof? Bist du doof? Ich hab keine Muni mehr. Überleben. Oh mein Muni? Wie soll ich das denn machen? Weglaufen! Weglauł Dann glauben wir immer, ich hab gesagt. Nee, ich weiß schon, ich krieg schon noch am anderen Weg. W Galaxy Heong reads. Bist Du doof? Go out! Egal! Mattes, halt durch! Der einzige Weg! Der einzige! Ben, halt durch! Ich bin tot. Ich auch. Ich muss Muni haben. Wir müssen alle haben. Wir müssen suchen. Aber unten liegen noch unsere Waffen. Nicht mehr. Irgendwo eine Muni-Kiste, ey. Ja. Jetzt kommt mal. Komm, stell dich nicht wieder ran, geht schneller. 5 Sekunden bis respawnen. 2,1, respawnen. Was bringt, dass wir trotzdem keine Munition haben? Doch, wenn wir respawnen, dann haben wir Munition. 3 also ich hatte den ich habe 5 Schuss ich lieg schon wieder ich hab den Fall schon zu früh gehabt Dirk oh Muni Dirk Aua Was ist los? Das ist total drauf Weg wir mal das geht hier abbaue Ah ich liege Danke Kann man auch die Führung zu machen Warum geht das denn hier nicht? Aha jetzt gehts Muss nachladen Mich hat's gemischt Scheiße Ufa Ufa Hau sein Ja Rüben in dem Gebäude G Commence F-Rat Da Da Ta F-Rat 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 Luft F-Rat G'ma S-Rat Da 다 F-Rat R-Rat G'ma F-Rat Das soll okay sein, ich kann ja, äh, äh Hier, mal gucken, ob ich hier auch nur noch, nur noch sowas gebe. Fick, ey. Was geht denn hier ab, aber? Ja, aber... Wetter, das war lieber! Keine Money mehr! Ach, das ist so lange, okay. Ey, such! Wo wird ja welche sein? Töp! Wurschtes Geschweiner! Scheiße! Was? Ich komme, Krabbel! Hat hier irgendwer Munition? Ja, ich! Ich komme zurück! Ich bin Muni mit! Der Horn hier hat immer Munition, leck der Marsch! Warte, die Munition! Der ist immer tot! Nee! Aus einem ganz simplen Grund, ich bin hier durch die Gegend gelaufen, bin ich eigentlich eine Munitionskiste gefunden habe! Ich komme! Draußen vor der Tür liegt sie! 50 Minuten wieder! In 55 Minuten? Ja! Draußen vor der Tür liegt sie! Draußen vor der Tür liegt sie! Draußen vor Pipi! Welche Tür? Ja, hier, von wo ich gekommen bin! Anleck mir den Marsch! Ich weiß nicht, wo die Munition ist! Und hier ist Pult! Ich bin bei dir, Ronny, jetzt gleich! Wo ist das? Ja, ich bin schon weiter gelaufen! Ah! Wo ist das? Ronny? Ich hab keine mehr! Du hast hier hingelegt! Ja, hier auf der Theke ist sie! Hier auf der Theke, wo ich bin! Wo du bist? Ja, wo ich jetzt bin! Ja, wo ich jetzt bin! Da, wo ich jetzt liege! Da liegt Muni Kiste! Ja, das ist super! Ja, lauf! Ja, lauf! Ja, lauf! Ohne Muni! Und zurück! Trau dich mal was! Du kannst nur einmal sterben! Hier ist einer hinter der Tür! Auf der Theke liegt sie! Wow, ich lebe wieder! Rüstung liegt da! Ja! Und Munition! Gerne geholfen! Danke! Sollte ich nur nicht tun, Rolly! Ja, ähm... Beten! Alter, ey! Was ist hier los? Los! Ich stehe hier wieder auf! Weiß, dass sie gut ist! Boah, okay! Weiß, ich muss raus! Guck mal! Renn! Da liegt die Kondition! Ja, da ist noch ein Chunk, ne? Da musst du irgendwas machen! Ja, Winterhorn! Da, wo die Muni nicht in die Gäste! Ach, ja! Oh, nee! So knapp, ey! Ja, was willst du denn machen, wenn da so viele reinkommen? Kann man doch nicht alleine lassen! Echt, ey! Wir sind Babys! Ja, genau! Halbe Stunde später! Mit dem Peter! Mit dem Peter! Ja! Sollen wir noch eine Runde machen? Ist Teacher nicht fertig? Nee! Ich muss auch drei Folgen aufnehmen! Also nochmal dasselbe? Nee! Okay! Gut, Leute! Dann sehen wir uns wieder morgen für die nächste Mission der Koop-Einsätze! Bis dann! Tschüss!